Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema der Wählerwille. Schön, dass ihr nach meiner Unterbrechung durch den Wahlkampf heute wieder dabei seid. Wenn euch dieses Video gefällt, teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo auf meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Kommentare und Diskussionen zu dem Thema sind ausdrücklich erwünscht. Wahlen sind dafür da, dass das Volk selber bestimmt, wer die politische Arbeit übernehmen soll und wie die künftige Regierung aussehen soll. Wahlen und vor allem Wahlergebnisse sind kein Wunschkonzert für machthabende Parteien. Was der Bürger durch die Abgabe seiner Stimme will, liegt in der Verantwortung, durch gewählte Politiker umgesetzt zu werden. Die Mehrheitsentscheidung ist in einer Demokratie bindend. Dafür gibt es einige Fragen zu beantworten. Welcher Wähler, der CDU oder FDP wählt, will, dass die SPD, die Linke oder die Grünen in einer entsprechenden Koalition an der Regierung beteiligt sind. Welcher Wähler, der SPD, die Linke oder die Grünen wählt, will, dass CDU oder FDP in einer entsprechenden Koalition beteiligt sind. Eine sogenannte Große Koalition ist wegen der programmatischen Defizite vom Bürger nicht gewollt. Wer SPD, die Linke oder die Grünen wählt, will eine politisch linksorientierte Politik. Wer die CDU, FDP oder die AfD wählt, will eine bürgerlich-konservative Politik. Hier meinen die machthabenden Parteien aus dem Wahlergebnis ein Wunschkonzert machen zu müssen. Wenn man alle Stimmen einer linksorientierten Politik zusammenzählt, haben linksorientierte Parteien, also SPD, die Linke und die Grünen, keine Mehrheiten. Sie sind also nicht gewählt. Die Tatsache, dass die SPD die meisten Stimmen als Partei bekommen hat, ändert nicht die Situation, dass eine linksorientierte Politik vom Wähler nicht gewünscht ist. Zählt man jedoch die erlangten Sitze der konservativen Parteien zusammen, also die Stimmen aus CDU, FDP und AfD, dann ist der Wählerwille erkennbar. Mit 371 Sitzen hat die konservative Seite gegenüber der linksorientierten Politik, die nur 363 Sitze erlangt hat, 50,55% der Sitze im Bundestag erlangt und würde dem Wählerwillen entsprechen. Durch den Versuch, die AfD auszuschließen, obwohl sie demokratisch gewählt wurde, wird in diesem Wunschkonzert versucht, zusammenzubringen, was weder zusammengehört, noch was vom Wähler gewünscht ist. In einer Ampelkoalition, also SPD, Grüne und FDP, ist eine FDP auf verlorenen Posten. Wie soll die konservative Politik der FDP in einer Kombination mit zwei linksorientierten Parteien zur Geltung kommen? In einer Jamaika-Koalition, also CDU, FDP und Grüne, würden die Grünen nicht zum Zuge kommen können, unter zwei konservativen Parteien. Die einzige Kombination, die sowohl dem Wählerwillen entspricht, als auch für die Koalitionspartner zu einer effektiven Politik führen können, wäre eine Bahama-Koalition, CDU, FDP und AfD. Programmatische Übereinstimmung ist neben dem Wählerwillen viel eher gegeben, als bei jeder anderen Kombination. Unpassende Koalitionen führen nur dazu, dass Regierungen platzen, nur das Nötigste getan wird oder die Unzufriedenheit beim Wähler steigt. Erst recht, wenn die Regierungskoalition aus Parteien zusammengestellt wird, die der Wähler nicht wollte. Hier stimme ich der FDP zu. Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Beim vorliegenden Wahlergebnis ist linksorientierte Politik definitiv falsche Politik. Erst recht, wenn man sieht, dass mehr als die Hälfte der Wähler eine bürgerlich-konservative Politik bevorzugen würden. Mit der falsch gebildeten, angestrebten Politik der machthabenden Parteien kann das Volk nicht geeint werden. Es treten Veränderungen und Einschränkungen ein, die niemand will. Die Preise werden explodieren, sodass der Bürger immer ärmer wird. Die Unzufriedenheit wird ansteigen. Aber vielleicht ist es nötig, dass die machthabenden Parteien zeigen, dass sie es nicht können, bevor die Richtigen genug Stimmen bekommen, um etwas zu ändern. Vielleicht müssen die Folgen erst im Vorgarten eines jeden zu sehen sein, bevor alle wach werden. Hoffen wir mal, dass der Schaden bis dahin noch reparierbar ist. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.